Joa Wo fangen wir an mit so ner Batterie? Ok Google, like dieses Video und abonnier diesen Channel Ok ey, Joran soll ich ihm was zeigen? Nein, sorry Äh Dann nimm den da Digga, das Ome Video wurde einfach runtergenommen Wegen Ace Clip, Digga, mit dem Mädchen Also das Ome Video, das letzte Amma Sprüche durchgespielt wurde runtergenommen Weil Ace einfach übertrieben hat Die, die es geguckt haben, wisst ihr was ich meine? Die auf jeden Fall ein bisschen Ausschnitt gezeigt hat Da war das wohl nicht ganz so witzig, dass Ace mit der Schnickschnack Schnuck da rumspielt Wer sich in dem Fall da auszieht Obwohl wir das halt eh niemals gezeigt hätten Auf jeden Fall ist es runtergenommen Warte, ich glaub man kann es so zeigen Amma Sprüche durchgespielt Auch mit dem Vumickel entfernt Nicht geeignet Nutzer mit dem U F Jungs, F Einmal bitte F in den Chat So das Ding ist, Jungs Wir haben jetzt ne Verwarnung, ne Auf jeden Fall müssen wir aufpassen, was in den nächsten Videos in dem Falle besser passiert Sonst, äh, kriegen wir den ersten Strike Heißt eine Woche Pause Eine Woche nix hochladen Das wäre noch mehr F, Digga Danach kommt zweiter, dritter Strike Ich glaub, danach wissen alle was passiert Und das hoffen wir, passiert nicht Deswegen wir kommen ein bisschen wieder runter mit den Videos Sie wäre trotzdem gut und lustig auf unserem Humor her Aber wir passen trotzdem auf, was wir machen Und zensieren mehr Ich hab meine Sachen verloren Ich muss dir was zeigen Ich hatte alles, Mann Warum bist du denn genau gestorben? Ja, weil ich in eine Falle reingelaufen bin mit Spieren Aber nicht, dass wir nochmal in die Falle laufen Nein, nein, diesmal verlaufe ich da nicht nochmal rein Okay, hier war das, glaub ich Oh, nein, schau mal Lukas Schon wieder Warum musst du jetzt hier hin, Digga Jetzt hab ich Liam allein gelassen Da unten, da liegt Lukas Was braucht er hier? Digga, ich arbeite mit so Idioten zusammen, als Echt Bruder Mir geht's super Ich glaub, ich bleib einfach eine Stunde hier unten, bis die Purge zu Ende ist Lukas Ja, ich bin da Hallo Mittlerweile liegen da unten 15 Leichen von mir Das kann doch nicht sein Er liegt auf Ace Spring mal da rüber Spring mal da rüber Auf die andere Seite Verdammte Scheiß Das war's hier Schön raus aus der Höhle Kannst du so die Küche mein Lieblingsort Können wir das clippen? Allgemein ist dir so die Küche mein Lieblingsort Weil mein Tier hat ja immer was zu essen So, okay, komm, nimm die mal mit Warte, wir bringen die nach oben So, wie wenn du Böller und deine Schwester ärgern willst Ja, dann würde ich deine Schwester ärgern, alles klar Guck mal, wie es aussieht Reicht doch nicht, das reicht nicht Alter, ist ja fast gar nichts drin Frechheit Bitte, dass deine Grafkarte gleich vorher weg hat Ohne Scheiße Ich weiß nicht, irgendwas fehlt mir noch Mach mal dein Gameleck jetzt schon Mach mal ein Zimmer damit voll jetzt Mach mal die Badewanne komplett voll Ja, okay Ich komm da schon nicht mehr rein, Digga Mach mal, ich war einkauf, hab Pöller mitgebracht für Silvester Werden trotzdem so ein paar verbinden Boah Oh mein Gott Boah, Junge Eine zum Schaden, eine schöne, mach 2021 Ja Ja Die kannst du nicht verbinden, oder? Warte Das war's noch nicht, Digga Das ist weniger als ein SBL Das nennt man auch, wie heißt das, so ein Hardcore-Test für die Radkarriere Nee Das ist ein Stress-Test, Digga Also Digga, wie hell mein Zimmer ist Boah Schau vor, da guckst du auf den Fernseher, Digga Ja, Bänger Digga Das ist doch grad mal die große Bombe hier rechts Und du kannst jetzt auch, wenn es brennt, kannst du auch hier einfach so reinschmeißen Ich kann mich immer noch nicht reinholieren, lad mich nur ein, geht nicht, lad mich ein, geht nicht, zu den Bären Fick den Bär Yeah Cool wie jetzt der rausläuft Oh, ich lauf schon wieder aus Ich lauf schon wieder aus Das ist was sie sagt Das ist was sie sagt Die Bär ist so groß wie ein Schloss In den Roommates In den Drew Trades In den Drew Trades In den Drew Trades In den Drew Trades Wir bauen uns hier am Ende hoch Wir verbinden alles Wir tun auf dem ganzen Feld Wir werden überall was verbinden Auf dem ganzen Feld Und dann brennt schön So das ganze Feld brennt Das Haus brennt Boah, Digga, jetzt hab ich auch viel Arbeit vor mir Ich hab so Spaß Oh nein Der Kamin, Digga, nicht dass die da angehen Und dann das andere Haus Ja, geil, Digga, ich hab Spaß So, jetzt Ace Machen wir so eine Rakete, die so runterfliegt Und so Boah, guck mal wie schön Voll schön, Digga Voll schön, Digga Das war eine Bombe Ja Voll schön, Digga Ich hab hier echt nur Müll, Digga Einmal Respekt damit, was ich stöhne Das hat niemand gesehen Weil das auch kein Knüpfung gemacht ist Das hat nie existiert, Digga Oh, war ein Sprauchstein Ein Pfeil Jemand hat auf mich geschossen Ja, okay, es ist ja auch Lauf, lauf, lauf Mach das Licht aus, mach das Licht aus Hm, moin, moin, meine aktiven Freunde Und dann auch noch ein Weif, Digga Ich rieg durch, Digga Warum? Was ist das denn? Hey Tödliche Gewalt Warte, ich will sehen, was passiert Oh, Notch wird angegriffen Ich komme Geh weg Oh, Scheiße Dieser Bär, Junge Warum zieht ich nicht so stark? Ah Oh, Riff so f*** ihn Ja, voll Riff so Womit hast denn du geschossen? Was ist das? Nice, oder? Shit, Owen Learn to play Weißt du, und dann machen wir es auf schön so Hier so ein Ding hin Boah, schön, Digga Das ist einfach krank das Spiel Mit Co Ich habe keinen Nächter Wie ist das? Das Womit 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 das It's all about humanity